Oh mein Gott, wie er gerannt ist. Ich hör nur, wie er da wegrennt. Was? 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 Alter! Ja. Wie viel hab ich gemisst? Die Eltern haben sich dann einfach ein Hurenkind genannt, weil ich sie getötet habe. Haha. Äh, äh, check da nichts. Check da nichts. Stop shot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war echt ein Dropshot. Upsi. Oh mein Gott. In die fucking Schulter geschossen. Es war so clean. Stop, das war doch ein Headshot. Opsi. Haben sie alle? Ja, ich glaube, das war nur einer. Ok schnell hoch, hohohohoho. Ja da fällt einer hoch. Halt ihn hat sie jetzt, hat er gestopft. Ja, ich bin auf dem Dach. Ja, ich bin auf dem Dach. Wir regeln den Ruf. Oh mein Gott. Wir sind tief. Nein, ich will auch kills. Äh, aus der A. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh! Oh! Guck sie bitte nicht an. Okay. Ey, yo, Kobi. Ja, das ist so machbar. Okay, das guckt ihr euch jetzt nicht im Replay an, weil das ziemlich toxisch war. Er ist auch gelieft. Ja, guckt ihr auch den Kill an. Dann werde ich auch gelieft. Er passiert noch ne Cam entspann. Ich hab dich beschützt. Das ist noch jemand. Oh mein Gott. Hast du mir den Kill geklaut? Ich hab auch auf ihn geschossen halt. Ja, aber ich hätte ihn bekommen. Oh, sorry. Ich wollte dir halt helfen. Aber der Klaas. Warte, ich tu etwas dafür. Für dich. Rechts in der Ecke. PAM! Das war nicht toxisch. Ne. Oh ne. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Die ist da hinter der Wand. Links. Manu siehst links. Siehst links. Ey, warte. Ich will doch schon den letzten. Das ist mit dem letzten Dropshot. Okay. Das ist nochmal unten. Oh. Ganz kurz. Erst unten. Wie ist er wieder unten? Er hat gerade irgendwo was aufgesprengt. Erst von mir. Malu, erst von mir. Danke. Das war ein Dropshot. Oh, hier ist der. Oh, ja. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Ja, okay. Ein Hit. Ein Hit. Fuck, okay. Das gibt einen Dropshot. So. Das hat er dann bedient. Weil er nicht durch die Nade sterben wollte. Weil er nicht durch die Nade sterben wollte. Nö. 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 Oh Mann. Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott. Und gedropshottet. Ah. Ah. So nicht, mein Junge. Oh. Kann die Scheiße kaputt machen. Manu. Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Ich bin der ekelhafteste Mensch der Welt. Bis er sich ganz umgedreht hat. Und während des Spin schieße ich schon auf sie. Aber nicht davor. Weil ansonsten weiß ich nur meine... Oh mein Gott. Da war die Ash. Warte, die kannst du hören. Rechts ist hier. Rechts ist hier. Ah, danke. Oh. Hat das mal irgendjemand von euch gesehen? Er ist für mich. Nein. Mein Gott. Dieser Pflecht war so legit. Er ist drinnen. Es ist drinnen. Och. Ich habe den komplett gebaitet. weil ich weiß, dass jemand da gestorben ist, dann bin ich... Ah, scheiße, links! Ah, ich hab ihn gesehen. Fuck! Junge, ich spart mich bei allem, was ich mache. Nee, warum solltest du nicht mitflöten? Ja, Junge, weil ich mit den anderen Charakteren keine Granaten hab. Hä? Achso, du hast drei Filmen. Ja, Junge, das hat mich grad auch richtig verwirrt. Aber das kann ich, okay. Ere genommen. Junge, ich lagge so unglaublich. Alter, Alter, ich lagge so hart. Nee, 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 nee. Ey, Junge, du hast einfach nur kein Aim heute. Das macht er, ach, deswegen ist er die 1000. Okay. Ey, Junge, Ping ist ja deine Anzahl für Aim. So mehr Ping, desto weniger Aim hast du. Null. Ich hab's jetzt ne ganze Runde über nicht hingekriegt, reinzukommen, weil ich die ganze zurückgepackt werde, aber ein Cup kann, der Gestorbenpeak nicht dropshotten. Ja, moin. Ja, Junge, du hast ganz ehrlich heute einfach keinen Skill. Leute, meine Eis, meine Eis. Meine Eis. Nein. Hab sie gedockshotet, ich hab sie gedockshotet, alles gut. Eine Leicht hab ich gedockt. Ach, das lässt sich sehen. Was? Er hat mich durch die Wand getötet. Was? Oh mein Gott, Valkyrie hat nur noch nen Hit. Und ich bin tot. Junge, das war so, so, so stark hab ich das noch nicht gesehen. Du übrigens hast ne Valkyrie Cam an der Deck. Manus hast du diesen... Ne, im anderen Raum. Wenn du in den anderen Raum guckst, da ist so nen riesige blaue... Hä? Ich war halt bei mir drauf, ist legit. Ja, ich weiß. Du darfst aus, wenn du draus wärst. Komm her, Colleagues. Lass mich dich umbringen. Ah! Das ist mein Gegner. Ich hab's gar nicht gesehen. Äh, das musst du auch nicht sehen, du. Uh, wir haben ja der 360, no score. Oh, was ist der Cam? Rechts? Oh, damn! Also Leute, L bei Spawn Beat of Man, gell? Äh, von linken Fenster. Hab sie. Wie lost ist dieser Doc? Wie lost ist der? Oh mein Gott. Ich, ich, ich weiß nicht, was das für Moves sind grad vor mir. Ach, unten sind die. Oh, gedropshotted die, Alter. Oh mein Gott. Ich hab ihn gedropshotted. Oh. Oh. Nice. Oh. Ah, ha, ha, ha. Alter Mann, wo ist deine Tituschein? Da kommt eine. Drei. Zwei. Eins. Oh, I'm off. Aber ich hab immer noch gedropshotted. Du hast jetzt gebrochen. Ja, 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 ja.